Jetzt zeige ich dir was, es macht mir Spaß. Bibeldi-Bubbeldi-Buuu. Okay, hier ist ein... Baum. Hier ist ein Baumstumpf. Schlafen? Ja, ja, Powernap. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Nein, Powernap! Nee, ah, nee, Junge. Du sollst doch nur Powernap machen. Du sollst dich den ganzen Tag verpinnen. Oh, nö. Das Spiel ist viel zu realistisch. Oh, nö. Ja, panisch. Entspann dich. Du bist doch der Mann mit der Shotgun. Oh, genau dahin. Nicht dahin, sondern dahin. Ganz wichtig, weil das hier, der ganze Block ist bis oben hin zugeschissen mit Waffen, Essen und Munition. Das könnt ihr euch denn vorstellen. Oh, wir machen jetzt die Einsteuerung perfekt. Oh, meine Bio-Scanner sagen mir, dass ihre Passiere anfangen, krank zu werden, oder? Ja, ich hab dir schlecht gestern gegeben. Haben wir denn Mülleimer? Ich glaub' nicht. Wenn sie keine Crashs machen, dann machen sie sich auf Chaos gefasst. Okay, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Denk dran an die Falle mit der Magdumpen, ne? Genau da, geht er nicht hin. Genau das habe ich gemeint. Ja, mach das nicht. Rüdiger, wie hätt's geschafft? Rüdiger, Mensch! Was entpuppt? Net normal! Ich hab' ganzes Slot mit Pistole-Munition. Rüdiger, ist net normal, sag das! Ich hab' zwei Wohl-Heilung! Mohl drei Vettels und Mohl nur Vettel! Ah, brutal, Rüdiger! Es klappt mal, der M wieder Kenner! Obacht, tust wieder knapp drücke! Lauf Rüdiger! Springen, Rüdiger! Ich würd' gern wissen, was Tessisch gerade denkt. Hat er keinen Monster? Ist der behindert? Sie der verlieren? Schenkt er mir den sie? Ah, der kommt auf einmal! Den brauche ich nicht! Denn wer länger steht und schießen kann, der kriegt auch viel mehr Dämonen dran! Wer flamert, der mich wieder in die Hölle. Dieses Labern ist schlimmer als die komplette erste Phase! Bis zum Erdkern, Digga! Nee, mit dem anderen! MANN! So ein Huhn und so! So ein Scheiß! Ey, Alter! Nöööö! Juhu, ich spiel doch nicht spiel! Ist voll geil! Okay, let's go! Geht es? Gibt es? Gibt es? Voll seit oben? Ja, sieht man! Eins! Zwei! Drei! 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 Zwei. Noch Einen. Und noch Einen, was geil ist. Meine Knie. Ich würde ihn jetzt gerne runterstoßen. Ich mache auch noch so einen Schritt auf die Seite, dass ich ihn dann später runterstoßen kann. Schlitzen jetzt erstmal. Oh shit! Los! 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 Fick, 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 fick! Ciao! Ciao! Haus rein! Bye! Digger! Oh shit! Junge, 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 Junge! War einen Kill gemacht, aber der war schön und schu... BAM! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Deine Karte! Das ist der Eingesicht! Holy shit! Hab ich mir gerade mit ihm angeschissen! Nimm die Flinte! Duuuuhuun... Das ist ein Spiel! Ich hab nichts gemacht! Ich hab... Yo! Come on, no, no, no! Was heißt... die halb die halbe stunde vor vier und was ist das ja und du hast gerade für 30 ja aber wenn ich 89 das ist aber das ist das ist jetzt halb zwölf was du für mich ist halb vier für mich ist das halb reifte bis zu vier also halb ist 30 ist halb vier drei uhr 30 ja 15 uhr 30 ist halb vier ja und du hast du hast den kleinen zeit auf vier gehabt ja ist ja so halb vier kennen sie das sie brauchen ressourcen in einem video spiel und sind das leid mühselig in kleinste arbeit jeden einzelnen schlag selber zu machen lassen sie das arbeiten sie effizient nutzen sie sprengstoff ein wurf und die ressourcen sind dahin und vor allen dingen wenn sie den schmelztikel haben sollte was ein scheiß ich glaube das wird Scheiße! Hehehe, oh tschüss! Oh shit! Ich hätt' auch noch, dass du die Papier anzügen willst hier. Nix macht! Heeeey! Hahaha! Ich denk' mich kurz, ich schmeiß' Dynamit runter. Nein! Scheiße! Kann ich, kann ich durch das Gitter werfen, weißt du das? Oh, wie ist alles? Heeeey! Du hast große Licht angemacht, jetzt seh' ich wenigstens was. Jaaa, jaaa, jaaa! Heeeey! Jein! Aha! Oh! Digga, was machst du? Oh! Oh, hoppla! Digga, was? Digga, was hast du getan? Position! Und Käse! Und Käse! Und Käse! Chef! Chef! Wir haben ein Problem! Was? Ich mache so! Glockentur macht so! Unfall! Die Pizza war so gut! Ich mach' mir grad noch eine! Ich mach' mir einfach noch eine! Hahaha! Hahaha! Moment! Mach' mir einfach noch eine! Wer will mich daran hindern? Hahaha! Du mein Eimer! Hahaha! Du musst essen! Ne? Du Tür! Du hast das für'n Wegsprengen gesagt! Ich wusste ich jetzt nicht sagen! Wegsprengen! Wegsprengen! Ich- Hahahaha! Ja! 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 Wir haben halt kein Stamina! Wir haben halt kein Stamina! Wir machen... Wer braucht Stamina, Digga? Hahaha! Wer braucht Stamina? Die gewinnen auch so? Hahaha! Halt doch einfach dein Maul! Drei Mal hintern! Es ist nicht wichtig, wer mal gewinnt! Es ist nur wichtig, wer dreimal hintereinander gewinnt! Meine Freunde der Sonne! So sieht's nämlich aus! Du bist nur ein Zock halt! Neee! Das geht nicht! Du bist raus! Du bist raus! Du kannst schon immer den Hammerkorn zocken! Gumm! Wir fahren auf den Weihnachtsmarkt! Schau an, Bruder! Ich hab jetzt kein Bock auf den Weihnachtsmarkt! Ist mir egal, worauf du Bock hast! Wenn ich sag, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt! Geh mal auf den Weihnachtsmarkt! Ja! Und man sieht! Ich hab den Pullover an! Ich fahr auf den Weihnachtsmarkt! Hahaha! Was? Okay! Scheiße! Wer ist das vom Nummer? Exorcizamus te! Omnis Immundi Spiritus! Omnis Satanica Podestas! Hahaha! Dreck's auch! Bist du fast erwischt? Fast! Fast! Guck in das Spiel! Komm! 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 Ist gar nichts! Toll! Ist doch dein Schnauzer! Hm! Oh! Oh! Kleines Foto! Ich glaub das ist es doch! Vielleicht! Dafür sollst du hängen! Willst du in die Kühlbox oder was? Was willst du von mir? Vielleicht willst du den Wittenfinger zeigen! Ging aber nicht! Nein! Dämlicher Schild wird dir nichts nützen! Geballere aus Plasma! Bln! Zurück! Drücken sich auf Ihrem Handy auf hier auf! Oho! Oho! 200! Wait a minute! Ob da! Ob da! was gehen.